ja liebe wo muss freunde hier bin ich wieder und wie ihr seht habe ich schon wieder eine panne denn der schlauch den der adhc vor 14 tagen eingebaut hat hier der kühler schlauch der hat leider nicht sehr lange gehalten obwohl man mir in einer fiat werkstatt versichert hatte ich könnte erst mal mit dem schlauch eine ganze zeit weiter fahren das stimmt aber nicht der schlauch ist geplatzt wie ihr seht so sah der dann aus und der adhc der musste mich abschleppen in eine feine werkstatt hier in der nähe und die werkstatt liegt direkt an der a8 wenn man richtung salzburg unterwegs ist und die haben wirklich sehr schnell geholfen und das ist wirklich eine super werkstatt gewesen hier seht ihr das ganze mal und ich habe es dann am gleichen tag noch geschafft bis zum gardasee oder dann macht es mal gut und tschüss